die insel würde ich meiden wenn es geht sehe keine bewegung auf dem aussichtspunkt ich würde aber hier rüber auf den hügel gegenüber vom aussichtspunkt gehen wo bist du gerade ich bin unten auf der straße noch ich lauf rauf alter wie du hier rubberband ist ich bin rechts hinter dir schein gedämpfte schüsse in richtung reichenhäuser ich würde aber hier oben den weg nehmen ich darf übrigens schon mal beginnen ein paar pizzen zu kreieren also ihr könnt ja ihr könnt ja mal ein bisschen machen ich entscheide dann ob ich mutig genug bin das zu essen ich kann nur so viel sagen ohne käse im rand geht gar nicht ne so pizza marshmallow scheiße brauchst mir gar nicht kommen also ich bin ich bin nicht der süße typ sag aber auch zu einer pizza hawaii nicht nein hast du gehört oder definitiv reichenhäuser schon woher kommt woher Ich glaube beim anderen drüben spielt sich das ab. Vielleicht sogar auf der anderen Seite vom Zaun. Ja. Lass uns trotzdem mal hier das Haus nehmen. Und gucken, dass wir die Tür wieder zu machen. Okay. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob ich von hier irgendwas sehen kann. Oh ja, da hinten sind Schüsse irgendwo eingeschlagen, eher aus der Richtung wo wir hergekommen sind gerade. Ja, da unten läuft was, bleibt mal stehen bitte, ich seh´s laufen da unten. Jetzt rennt´s rüber zum anderen Haus, direkt unter uns. Eine Granate? Nein. Das sind zwei Teams, wir haben zwei Teams um uns rum. Das eine Team waren zwei auf jeden Fall. Ja, ich seh einen da hinten. Und unter mir rennt was. Nicht im Haus, aber vorm Haus. Wir sind jetzt hinterm Haus. Cologne Predator, wunderschönen guten Tag, grüß dich. Haben sie wohl nichts. Sehr ruhig. Bist tot? Ja. Das ist glaube ich neben mir gestanden, kann das sein? Nein. Jetzt kommen sie rein. Müssten noch mehr sein. Ja. Auch nicht. Nein. Ich brauche mich Association. Ich brauche mich zusammen für einen Charmier beiservice. Yerden? Wer ist es? Innerhalb? Wasst zurück, der Leave? Scheiße. Scheiße. Sagt mir, dass das nicht geil war, Leute. Das war ein Dreier-Team. Das können sogar vier gewesen sein, wenn sie zusammen waren. Aber ich habe sie alle vier erledigt.